Dieser Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 7 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Bordcomputer und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis